Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Story Mode! Start der Episode 4! Wuhu! Starten wir einfach durch! Wir schauen direkt durch! In diese emotionale Episode! Ich will nicht! Kann ich dir nicht überspringen? Ich mag die Episode jetzt schon nicht mehr! Warum bin ich so müde? Und eine Art, um den Wither-Storm zu gut zu verhindern. Aber sogar gut gelegt Pläne können sich aufwärts gehen. Hi, Spatz! Petra! Ja, erinnere mich nochmal dran. Danke. Fingern dich schon emotional genug. Äh, warum hast du lila Augen? Mach hier. Und wir dürfen schon wieder laufen, oder was? Yay! Weglaufen macht so viel Spaß! Okay. Ähm... 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 Eine Freundin? Axel, ich bin hier. Komm einfach mit Gabriel! Und er scheint nicht zu wissen, wer er ist. So, let's get over here! Very quickly! Ich mein, da sind jetzt sogar noch mehr von diesen Wither-Stormen. Yay! Das ist überhaupt nicht gut. Nein. Yep. Yep. Haben wir. Oh, okay. Oh! Äh, hi, Endermen! Ähm... Genau. So, und... Ganz ehrlich, Pfeif mal auf die Endermen und lauf einfach, bitte! Äh, super! Ja, man... Äh... Da sind Pferde! Ich meine, die könnte man benutzen! Weil ganz ehrlich, man sieht Pferde immer mehr an, dass sie krank ist. Sie hat jetzt sogar lila Augen. Lila! Die sie vorher nicht hatte. Und Gabriel hat pinke. Ganz ruhig, Pferdchen! Ganz ruhig! Komm schon! Komm schon, Pferdchen! Wir sind ganz lieb! Wir sind Pferdfreunde! Äh... Komm schon, Jesse! Wir haben das! Wir nehmen die Reins und sie können nur aufhören! Ich habe Petra! Dann nehme ich Gabriel! Gut! Abgemacht! Abgemacht! Hold on! This might be a bumpy ride! Wua! Ganz ruhig, Pferd! Alles gut! Ich hab dich! Mädchen! Natürlich, Evie Petra! Sie ist meine beste Freundin! Würde ich sagen! Ähm... Echse! Warum? Warum tust du das, wenn ich dir extra sage? Schau dich zurück! Wow... Äh... Okay, I can do it! Die... Den hab ich jetzt extra umgehauen! Wegen Gabriel und Lucas! Weil ich glaube... Ey! Pferd, das muss ich deswegen nicht bei mir beschweren, ne? Nur mal so hoch! Wow! Soll ich lieber da reinlaufen, oder was? Oh, oh, oh! Okay! Oh, 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 oh! Äh, zu viele Schreien! Zu viele Schreien! Jup, 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 jup! Pferd! Hör auf, dich zu beschweren, Mädel! Du bist krank! So, shut up! Okay? Wow! Äh, du bist cool! Warum? Warum? Warum Big Times? Warum? Warum tut man mir das an? Äh! Oh, okay! There was some hell of a ride! Bridge? Yep! Ich würde sagen, das schaffte nicht! Äh, okay! Ich würde sagen, den Enderman gefällt, aber das so nicht so wirklich! Okay, ich helfe! Ja, ich mache schon so schnell! Ich kann mit dem Bauen! Ich kann nicht so schnell Kuh drücken! Ich bin eben mit meinem Mittelfinger! Axel, shut up! Arme Olivia. Ich glaube, ich hätte jetzt auch einen Schmerz, wenn ich sie wäre. Okay. Das ist doch schon mal gut. Stimmt. Ich rede mit ihm und dann mal sehen. Heyo. Okay. Okay. Ähm. Nope. Ja. Er weiß nicht vor, ob er was ein Pferd ist. Oh je. Ich? Äh, hi! Ähm. Äh. Du bist jetzt in Sicherheit. Genau. Äh. Genau. Du hast überlebt! Yeah! Freut mir uns! Ugh. For a second there, I almost managed to forget. Oh. You guys talking about Magnus? I still can't believe he's gone. Sorry, Axel. How could this have happened? Ähm. Lou's not just a friend, but a member of the Order of the Spell. It's my fault, I'm sorry! It was my fault. I'm the one who took Magnus' armor. But you couldn't have known, what was going to happen. She's right. You can't blame yourself, Jessie. Trotzdem. I'm surprised he lasted as long as he did. Sehr freundlich. Being emotional is getting us nowhere. Okay! I want to know is, what happened out there today? Why is that thing still alive? Stop screaming! My instructions were simple. Ugh. You were the one in the middle of everything. What went wrong? You tell me. Excuse me? Well, you're the one who thought we could destroy the command block with a... Genau! Er klärkt du es mir! Yes! No shit! Wir brauchen einen neuen Plan, verdammt nochmal! Weil du die Ideen hast, oder nicht? Du hast das Gehörn hier, wenn ich das so richtig mitbekommen habe? Oh, okay. Cool. Wait, what? No! 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 Yeah, then get Pia! Hatsit to us! If what Gabriel said is true, I mean, do you think? I thought for sure they were gone, but... Lucas! Your friends could still be out there. I know. And that means I... I gotta go after them. Wait, what? No, 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 no. Äh, Petra, alles gut? Jetzt kippt du mir nicht nach oben. Und no, Lucas, du bleibst. Du gehst mir hier nicht weg. Ähm, Schatz, ich brauch noch deinen Becher. Becher? Wo ist dein Becher? Da. Wo ist dein Becher? Ja, wo ist dein Becher? Gibst du mir deinen Becher, Schatz? Ja, wo ist dein Becher? Da ist dein Becher. Annie, ich brauch deinen Becher, sonst kann ich dir kein Trinken geben. Ja, wo ist dein Becher? Der Becher. Ja, wo ist dein Becher? Ja. Oh, Schatz, nein. Ah, Kind. Ich guck nach deinem Becher. Wer suchet, der findet. So. Und nö, Lucas, du bleibst hier. Ich meine, seine Freunde könnten in Sicherheit sein. Aber es ist nicht bestätigt. So, äh. Äh, ähm. Äh, äh. Äh, äh. Aber weißt du, sind nicht im Wissens-Turm drin? Das ist schon mal was. Hoffe ich. Schätze ich. I don't know. Lucas, hör auf! Hör auf! Du haust mir jetzt nicht ab! Naja. This is weird. Hey, guys. Okay. Petra? How are you doing? Hey. Are you feeling any better? Better is relative. Okay. If I just sit here and don't move or breathe, it's almost bearable. Okay. If it wasn't for Ivor, she wouldn't even be like this. Ah, no kidding. That's not exactly true. Ivor built the wither. Sure, but... He couldn't have done it without that skull I gave him. Äh. Just take in a second to think about it. Hey, ich war auch dabei. Also von daher sind wir alle schuld. Woo! I brought that skull back solo. I was Ivor's henchman. Well, I was your henchman. So based on the transit of property of henchmen... Just know, I'm gonna do everything I can to make this right. Okay. Petra, I know this isn't easy to hear. But you're too sick to be going anywhere. I'm not that sick. Doch, bist du? Maybe you should rest in this cave for a while. I mean, it's safe, defensible. If I say I'm fine, then I'm... Fine. Petra. I'm afraid you're not gonna make it. No. No way. Petra, du musst hierbleiben. Du musst dich ausruhen. Ausruhen. Entschuldigung. Genau. Danke. Vielleicht hätte ich jetzt mal mit Lucas reden sollen. Naja. Äh, ich rede mal mit Ruben. Hey, Ruben. Alles gut? Of course you are. Wish I could say the same for everyone else. Ruben, mein kleines Lieblingsschwein. Hey, guys. Not gonna lie. But we've dealt with worse, right? Alles gut bei euch? How's it going? Hm? Tell me, Jessie. Who is this person? Äh. She keeps insulting me. What? Sie beleidigt dich? Yep, Elagard. Was sie beleidigt? Und sie beleidigt dich, Frau Scherde. Ähm. She's your friend? She's your friend. She's been your friend for a very long time. Genau. Really? Ja. You go way, hey, hey, hey back. Genau. He doesn't remember anything. Talk to him about your past. Something only you would know about. Genau. Vielleicht erinnert ihn das an was. Erzähl ihm von Magnus. Awww. Huh? Was wollte sie sagen? Ich... Thank you too. You've been a big help here. I, uh... I need to repay your kindness. Aww. It's okay. I'm not sure how exactly. It's no problem. Genau. I've done it for anyone. Ich hab das gerne getan. You have my thanks. Wollen wir, wenn wir Freunde sind. Irgendwie. Oh, I'm not even sure, where to start. Aber was wollte Elekart eigentlich gerade sagen? This is... This is interesting. Okay. Truhe. Was haben wir denn hier drin? Hmm. Naja. Könnte. Muss aber nicht. Hey, Lucas. Alles okay bei dir, Buddy? Willst du wirklich abhauen? What are you doing? I told you. I'm going after my friends. Aber... I thought the other Ocelots were dead. But if they're not, I need to go find a friend. Ich brauche dich hier. Ich meine wir. But I can't leave them alone out there. Not with three witherstorms raging. Wir brauchen dich. I can't just believe, Lucas. You're part of our team. And you saying that just reminds me that I left my team. What? Du konntest da nichts dafür. What are you doing? We've made a pretty good team so far. I'd even call us friends. So I hope you'll understand why I need to go help my old friends. They do it for me. Same way you'd go back for any of your friends. I'm asking you as a friend. Please stay, Lucas. We need you right now. You really mean that? Yes. We're in this together. Whatever happens next, there's no way we can do it without you. Okay. I'll stay. I just... I just really hope they're all right. I need you. I did it. Ich glaube, man kann an der Stelle wirklich auch... Wait a minute. Wir haben ihn da überredet, dass er bleibt. Ich denke, man kann ihn wirklich dazu bringen, dass er auch geht und seinen Freunden hilft. Wenn es im Story verlauft, ein bisschen w Biebsun die hier ist, aber okay. I mean... But good. ähm ich fand die Szenen aber gerade sehr schön wenn man wirklich nimmt wir also wirklich so, wir brauchen nicht als so als Freunde, sie sagen wirklich so ich frage dich als deine Freundin bitte bleib das ist einfach so süß, es ist so niedlich und ich will einfach nur, dass sie sich küsst und meh warum könnt ihr nicht zusammenkommen küsst euch doch einfach verfußig äh okay, weiter geht's oh Ruben hey Pferdchen aw wer ist ein braves Pferd wer ist ein braves Pferd ihr jubel seid braves Pferd hey Lucas how are the horses looking tired but they're okay same as the rest of us wow I'm glad you're staying with us Lucas yeah me too nope I'm not stripping it totally not wer ist überhaupt wer ist überhaupt dass ich für die Stippe hehehehe hehehehe great ähm hey Ruben alles okay bei dir ich will dich nicht verlieren Ruben Ruben I don't want to lose you you understand what yeah I know you've run off before but things are different now we've lost too many people already yeah mhm the world needs us Ruben so much of it is already been reduced to bedrock and it's up to us to save the rest of it well maybe that is a lot of pressure for just a person and a pig hehehehe but we have to find a way ah ja wie jetzt habe ich ein Schwein wait was ist das diese Stimmen erstens die Stimmen sind Fabio unterlegt und zweitens die Stimmen kommen mir bekannt vor soll ich noch ein bisschen weiter belaufen ja warum nicht okay genug gehört guys guys stop fighting stop arguing please ernsthaft man okay good reason what you don't understand is you are all in very grave danger warum das okay okay what what why why Dann folgt es nicht Gabriel, sondern mir, weil ich das Amulett habe. Das erklärst du einiges. Yep. Natürlich musst du sowas nicht, weil du ja abgehauen bist, du Feigling. Und uns eingesperrt hast. Wow. Okay. What? Okay, cool. Wir haben gesehen, wie sie sie auseinandergenommen haben. Wir haben hier noch eine Chance, die Welt zu retten. Can you do that? Okay. Das klingt doch gut, dann... Sorry. Sorry. Okay. Hush, Ivor for once. Okay. Das war's. Let's have. Endermen sind nicht Pets. Sie nicht folgen. Zumindest nicht von Mere Mordern. Well. Ja, okay, stimmt. Wie ist der Film in den Command-Log? Aha, okay. Wir. Stole it? Aha. Eine Sicherung. Was für eine Sicherung? Erzähl uns! Erklär es uns, Eivor. Aha. Ich bekomme mal eine verzauberte Waffe. Cool! Moment. Da muss ich jetzt jetzt viel wieder rein, oder? Aha. Aha. Wie weit ist das? Äh, okay, ich würde sagen, wir haben keine Zeit mehr. Ich würde sagen, das war der Wittersturm und wir haben keine Zeit mehr. Wir sollten verschwinden von hier. What? What? Shit. Oh. Oh. Well, we can't stand around and wait for it. Guys, there's a reason it's been following us. Eivor says it's because of the amulet that Gabriel... Eivor? 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 Hi, I think I'm here. Eivor? 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 Und, ja? Das ist mir gerade alles jetzt klar geworden. Wait, what? You can't. Axel? Das kann ich nicht zulassen, Axel. Aber Ja, natürlich vertraue ich dir, aber Axel Das wird so gefährlich für dich Okay Danke, helle Gott Seid vorsichtig, Leute, bitte Ja Ich will niemanden von euch verlieren, okay? Ich liebe euch alle, total Lass euch alle knudeln Wait, what? Okay Let's try it Cool, cool Okay Ich hab dich mal wirklich festgelegt, aber gut Wir haben jetzt einen gemacht Bitte, passt auf dich auf, Axel, ja? Bitte Ich meine, du bist ein großer Dummi Aber ich will dich nicht verlieren, okay? Wie Ruben einfach hinten drauf sitzt, so Yay, mir geht's gut Der Chris hat auch voll Ruben geht's gut Ruben geht's super Ey, ernsthaft, Ruben geht's super Ähm, wie weit ist es noch? Not too much further Not too much further Okay Cool Cool Hi, Schatz Komm, geh ein bisschen, ja? Ähm Hat er nicht gesagt, es wäre nicht mehr so weit? Ich meine, ähm, ja, Tag und nach vergeht's ziemlich schnell gerade Und es sind bestimmt schon mehrere Tage vergangen Wir sind in der Wüste Anstatt in dem Wald Ähm, cool Yay Ähm Das hast du schon vorhin besagt Äh, vorhin gesagt Ich will ja nicht drängen, aber, äh, wie weit ist es noch ungefähr? Ich meine, er sagt nicht mehr so weit Aber, ähm, ja Wir reiten schon ein bisschen, ne? Es ist schon wieder Nacht Wie lange reiten wir noch? Ach, die armen Pferde Äh, Eivor What? Ich hab nicht gelacht? Nein, ich doch nicht Äh Okay, das Schneegebiet haben wir jetzt wieder hinter uns Und sind wieder in einem Waldgebiet Wait Oi Das sieht cool aus Uh, in so einem Baum würde ich gerne wohnen Wow, das sah creepy aus Oh, but what the hell Oh Ja, Mami Time to move Let's go Uh, will you just shut up already Nö Ich halte niemals den Mund Ja, ich verliere langsam den Verstand Und nein, ich verliere Ich halte nicht meinen Mund Warum? Weil ich gerne rede Lebt damit In a land Far away Okay, und ich denke mal Wir sind mit Ja Wir haben das Ende des Parts erreicht Randy Mami Ja Mami Ja Mami Ja Ja Wobei Ich muss ein bisschen zwischendurch rausschneiden Aber es ist trotzdem Wir haben das Ende des Parts erreicht Weil das nächste Kapitel dauert vielleicht wieder ein bisschen länger Wer weiß Anakin ist so süß manchmal Auf jeden Fall Ja, das war eine sehr interessante und lange Reise Und ich glaube, wir sind immer noch nicht da Und einfach Shut up Ich nerfe gerne Weil ich kann Und es macht mir Spaß So Shut up Fährt Mami Fährt Ja, wir sind auf Fähren geritten Stimmt Naja Ich bin froh, dass Lucas immer noch bei mir ist Und ich hoffe wirklich, Axel geht es gut Weil Ich mache mir Sorgen um Axel Ich hoffe, er stirbt nicht Aber man hätte ihn sowieso nicht aufhalten können Er wollte unbedingt los Und ich meine, er hat Elegard dabei Elegard wird schon auf ihn aufpassen Richtig? Ich meine Richtig? Ich weiß nicht Irgendwas stimmt mir denn in unseren Händen nicht mehr Also irgendwie Die verheimlichen doch irgendwas Aber naja Das erfahren wir wahrscheinlich noch in dieser Episode Weil Episode 4 an sich Ende für mich der Hauptstory ist Und Episode 5 Für mich beginnt eigentlich schon ab Episode 5 eher die DLCs Weil Episode 5 ist sowas quasi wie die Überleitung zu den DLCs Und ja Aber naja Egal Ich schweif auf Ich schweif auf Ich kann nicht mehr reden Egal Also Wenn euch dieser Part gefallen hat Abonniert doch unseren Kanal Drückt auf Gefällt mir Kommentiert Und schaltet das nächste Mal wieder rein Wenn es dir wieder heißt Let's play Minecraft Story Mode Bis dann Bye Bye